Ein Buch ist wie ein Freund, der nur spricht, wenn wir wollen, und schweigt, wenn wir anderes vorhaben. Ein Buch ist wie ein Freund, der einen überall hin begleitet, der immer gibt und nie fordert. Ein Buch ist wie ein Freund, der mit seiner eigenen Geschichte nicht hinterm Berg hält, sondern erzählt, was ihm wertvoll ist. Ein Buch ist wie ein Freund, der Flügel verleihen und einen über sich hinaus wachsen lassen kann, wenn man Zeit mit ihm verbringt. Ein Buch ist wie ein Freund, der dieselben Werte und denselben Glauben teilt, aber völlig neue Perspektiven eröffnen kann. Ein Buch ist wie ein Freund, der Flügel verletzt, der Flügel verletzt, der Flügel verletzt,